R-G-C-D-G-U-M-T-R-O-M Tromp, glaube ich Ich habe keine Ahnung Ich glaube, es kommt Die stellen die Module her Bisher haben die Module immer 19 Pfund gekostet Alle fertig Ich bin sowieso praktisch Du warst vorher schon fertig, ne? Ich bin oben rechts Wir warten auf den Retro-Fell Ich warte darauf, dass der Game-On Chef, überhaupt wollt ich filmen Achso, ja gut, dann go Es möge der Spieler 1 Wie zu alten Atari-Zeiten Mann, 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 Mann Du kannst den Ball nicht festhalten Ich weiß nicht, ob das Technik-Spiel Ja, 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 ja Ich bin oben rechts Ja, aber das Spiel Es hat sich auch nicht an der Stelle Ja, ja, ja Du bist ja so, wenn du ja ausfälligst Wenn du ja ausfälligst Ja, ja, ja Du willst ja gerade hier Du brauchst ja nur den Ich muss nur die ich gerade rechnen Du brauchst ja nur den Y-P-P-S-A-N Oh! Wenn ihr euch gerade gleich seid Ja, ja, ja Achso, ja Den würde ja auch in der Hand Er würde ausfällen Nicht auf den Wallen stoßen Gut Und das wäre ja gerade etwas schwieriger Auch Dass derjenige, der jetzt der Blaue ist Wenn der Ball jetzt unten links ausfliegt, müsste der mit dem Hände geschnitten. Der könnte nicht der, der da hinten ist. Ah! Können wir das mal ausprobieren? Zumindest als... 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 Ja, das ist ja auch so, dass man auch magst. Wenn du das möchtest, dann, äh, was hat sich sonst gerne gemacht? Ja, das ist ja auch so. Einzige, du hast geguckt, hab ich gar nicht verliebt. Ja. Ich will auch mal, ich will auch mal. Ja, da hast du ja auch nichts betroffen. Ich weiß, es ist ja auch nicht. Wir haben Gründe. Ah, wir wollen immer diese Kiste hin, genau. Ja, die hat schlecht. Hat sie ja Bescheid? Ja, das ist ja auch nicht. 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 Nein, die nehmen das einfach auf die Erde zu. Ja, das liegt daran, dass wir... Ja, das ist ja auch nicht. Spiele. Hey. 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 Weg damit. Weg damit. Gebrüsch. Das ist ja ein Spiel, was hier von den Anlesern noch gestiegen wird. Entschuldigung. Ja. 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 Tja, Video-Fuß ist leider abgestohlen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, hör mal, das Ding hat keine Sex-Aus-Tuch. Kein Marke-Wort, man. Bleib mal, hier. Not beim Bauch. Das ist eine gute Idee. Das ist eine Ähnlichkeit mit Castlevania. Das ist eine gute Idee. 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 Wer ist denn jetzt dran? Du bist dran. Ich bin dran, okay. Das ist eine Tastatur. Hast du schon mal eine Tastatur gesehen? Ja, aber wenn du das Ding doch drehst, dann läufst du die doch in der Reihenfolge durch. Das ist doch egal. Wenn du eine Maus oder ein Joystick anschließt, dann kannst du aber auch in alle Richtungen drücken. Das ist ja Feuer drücken. Die Teile von USPS, wenn du noch unterschreibst. Das ist ja so genau so. Na, 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 na. Soll ich sie doch einfach nicht sortieren? Ne, jetzt einmal mehr ehrlich. Ich arbeite ja mit den Dingen. Ah, wo ist denn die Zurück? Die Zurück gibt's nicht. Bei drei Buchstaben kannst du dann einfach... Ja, ja, ja. Ich bin ein Retro-Fan, der ist ein kleines Problem. Ich weiß nicht. Passiert nichts? Ja. Du bist auch recht gewendet. Ach, ach so. Was muss meine Wenigkeit denn tun? Du drückst einmal und drehst am Regler. Und dann gleichzeitig am Dreh am Regler geht. Fester geht, fester. Und loslassen. Ah, der ist ein BPA. Ich wollte eigentlich was anderes schreiben, aber das Ding, das jittert, dann ist immer daneben. Ja, das, wenn die ein bisschen alt sind. Das ist kein Jitter, was ich eben hatte. Das war ein Jitter. Ja, das war ein Jitter. Ich muss die mal auf... Also meine, muss ich mal auf den Reine gehen. Dann schittern die auch nicht mehr. Wieso geht das denn jetzt plötzlich doch zurück? Oh, das ist ein Leerzeichen. Nein, aber ich war doch schon durch. Und dann noch... Ah, der wird durch. Bis dann... Ach so. Dann fängst du wieder von vorne an. Also wenn du auf den Heer gehen gehst, dann... Ach so, ja toll jetzt. Ah, okay. Was hab ich jetzt für einen Namen? Keine Ahnung. Irgendwas. Hauptsache, die meisten ist Gameboard. Und nee, jetzt pass auf. Nein, ich mach Play once. Nein? Ja. Sonst habt ihr nachher drei Nebel. Und oben, der muss noch fertig werden. Ja, ich bin fertig. Wo soll ich jetzt... Ach so, du gehst auf den Haken. Rechts ist eine Reihe höher. Was muss ich jetzt machen? Den Regner drehen und nicht den Ball aufwerfen. Schertig. Ach so. Ja, da fehlt Musik. Ja, Musik fehlt. Nein, 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 nein. Retro-Fan, da fehlt Musik. Ja, wir müssen noch einen Musiker suchen. Und das wird... ...dö, dö, 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 dö. Ja, wir können ja nicht... Nein. Nein, wir können ja keine... ...muss ja schon was Orgimidales haben. Wir müssen uns mal einen Musiker... ...in dem Forum hier vielleicht suchen. Der Lust hat eine lustige Bühne gefunden. Nein. Starbuck kann das. Nein. Nur noch eine Endung. Also diese hier, und dann haben wir die vier Sieger, die wir haben. Weg. Nein. Erstmal ein bisschen schneller hier. Ach, scheiße. Wer ist denn der Blaue? Wer ist von euch der Blaue? Das bin ich. Warum gehst du noch mal kaputt? Weiß ich nicht. Nicht dich selber kaputt machen. Du musst das aufgehen. So auf jeden Fall nicht. Ich bin zu bezig gefällt. Oh nein, nein, nein. Nix. Nein. Nix. Nein, nein, nein. Verpüß dich doch. Jetzt geht's los. Oh Mann. Hallo. Das kann doch nicht sein hier. Was ist los hier? Doch, kann ich es. Shit, shit, shit. Ey. Ey. Ey, ey. Die Bälle sind... Die sind alle gegen dich. Ja, genau. Wer da spielt früher. Der ist nicht da. Wieso muss man die? Muss man die kriegen? Oh Gott, ich bin gleich sofort down. Okay. Das geht doch. Du weißt doch, wie das ist, ne? Die, die am Anfang so die Klappe aufreißen. Ich krieg nachher tierisch rein. Ich hab die Klappe nicht aufgemacht. Ja. Oh, der Rest ist weg. Wieso wird's verloren, ne? Wie war das denn? Du hast jetzt verloren, genau. Aber es geht nur um den Klappe. Okay. Wer... Wer sonst noch so ausscheidet... Ja, Mann. Mal nach unten rechts hier. Das kann doch nicht sein. Können ich hier so die... So die was erstes rausgeschieben sind. Die wollten Erdbeeren springen oder so. Die Loser auf der Losers. Ja, genau. Ja, ich komm nicht dran. Kann doch nicht sein. Ahhhh! Echt? Ja, jetzt, ja. Mist. Also ich raff da. Gib mir mal nen Ball. Nein, 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 nein. Hör damit. Kuss. Ja, kann doch. Uff. Ja, weg damit. Also ich raff da. Also nicht. Ich raff da nicht. Oder noch... Nein. Das war auch... Nein. Ich raff da nicht. Ja, ich raff da nicht. Ja, ich raff da nicht. Ich raff da nicht. Die schneiden das doch alles Klasse. Man muss ja nicht schalten. Ich raff da nicht. Ich raff da nicht. Ich raff da nicht. Nein! Ihr Hammer! Ich raff da nicht. Ich raff da nicht. Ich raff da nicht. Aber während des Spiels wollten wir gerade nichts haben, weil wir da auch mal so Ponfos da... Shit! Shit! Fuck! Fuck! Nein! Ja, wenn du Musik bist, ist schon eine Verpflichtung drin. Also, als DJ kann ich nicht zum Musik spielen. So ein Walzer? Nein. So viel bei Winter in jedem Style. Oh Gott nein! Bei dem Spiel war ein Ding. Super! Es kann natürlich schon ein bisschen dachlos sein. Oh, jetzt Battle of the Epic. Epic Battle, go! Oh Gott! Vier, nix! Nein, 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 nein! Nein! Jetzt mal ein Nerz! Nicht immer auf mich! Oh Gott! Ich werde hier gerade übelst demontiert. Ja, aber... Und? Und wir haben natürlich noch... Oh, Schiss! Spannende Sache, dass Mova Werner hier im Film noch 400 bei Frank ist. Oh! Ganz schön gut da. Ja, ich habe natürlich unglaublich viele Chars gemacht, ne? Ja, aber... Alex! Nein! Du hast... Oh Gott! Nein! Ja! Cool! Hast du es geschafft? Jo! Ich weiß nicht, wie ich heiße. Das werden wir dann gleich sehen. Das sollte Opa heißen. Opa! Das ist zum Glück!